Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und falls du mich noch nicht abonniert hast, tu das, damit du auch keine Spielform oder Schnelligkeitsübungen oder, oder, oder sämtliche Trainingsübungen nicht verpasst. Also einfach auf den Button drücken und du verpasst nichts mehr. Ja, was habe ich heute für euch? Ist eine schöne Schnelligkeitsübung, recht einfach gehalten, aber mit Farbreizen hier und mit Richtungswechsel. Das, was man auch immer wieder wiederfindet in dem Fußballspiel mit schnellen Richtungswechseln und sich neu zu orientieren und in diesem Falle einfach über diese Farbreize. Diese Farbreize entstehen dadurch, die ich ansage, zwei Hütchenfarben, sei es gelb oder blau, blau jetzt in diesem Falle, dann geht es wieder zurück. Dann in dem Fall jetzt hier weiß, wieder zurück und dann durchstarten, wo man sich abklatscht am Endeffekt. Ich baue diese Übungen natürlich erst nach dem vollständigen Wehrmacht-Programm ein, weil für diese Übungen sollte man auf alle Fälle schön durchgewärmt sein, sonst gibt es leider Verletzte und das wollen wir natürlich nicht riskieren bei den Jungs. Ja, habt ihr viele Spieler, könnt ihr natürlich diese Station dann auch ein zweites Mal aufbauen und daraus einen Wettbewerb machen. Das ist dann natürlich auch möglich, so verringert ihr die Standzeiten und die Jungs können das halt zu zweit machen in dem Ablauf. Ja, schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Also bleib mir treu, dein Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Danke. Danke.